hey leute schön dass ihr eingeschaltet habt beim nächsten schiffswrack ich verfahre mich natürlich erst mal so heute ist das schiffswrack da wo lachs bis jetzt soweit wie ich mich entsinnen kann gerade einmal kann mich daran erinnern welches auto ich damals genommen hatte das war dieses komische badmobil verschnitt also könnt ihr auch gerne mit dem auto lang fahren in der nähe vom flugplatz ist das sollten wir auch schon gleich da sein genau hier ist es doch so steigen wir mal kurz ab da ist es auch links das schiffswrack rechts die kiste haben wir alles da ich zeige euch das noch fix auf der karte wie gesagt hier unten beim flughafen diesmal nicht hier sondern auf der anderen seite wie gesagt ist erst das zweite mal hier sammeln wir fix ein 20.000 mehr in der test fast level 15 und dann würde ich sagen ich bin erstmal wieder raus wir sehen uns morgen macht's gut euer pläzzy peter tschüssi